So, ja, wie man sieht, ich bin wieder in Hamburg unterwegs, wobei das sieht man gar nicht, dass ich in Hamburg unterwegs bin, ich könnte ja auch sonst wo sein, aber ich bin hier in Hamburg bei Lloyd. Die Streifen da hinten an der Tür, das kennt man, das hat man schon gesehen und ich habe jetzt für den Herbst-Winter hier die neue Kollektion wieder zusammengestellt. Ah, das sind echt super tolle Schuhe wieder dabei. Das sind, ja, Sneaker, musste ich mir auch erstmal wieder selber bestellen. Die Dinger sehen natürlich endlos hammergeil aus, die Teile. Und hier haben wir noch ein, jetzt muss ich mal eben schauen, dieses hier. Für die Herren echt super klasse, das ist ein Ultra-Light-Boden. Eigentlich heißt der nur Light, die Lightsohle heißt die, glaube ich, ne? Vollzug? Lightsohle? Ja, Extra-Light. Extra-Light, so heißt die. Extra-Light, soll ich das, ganz ehrlich, das wiegt nix. Das wiegt wirklich nix, das ist so cool. Das ist also nachher für, ja, super, super toll, wenn man unterwegs ist, Anzugsschuhe oder halt auch wirklich mit der Jeans unterwegs ist, wie auch immer. Super toller Schuh für den Herbst-Winter, super Light halt. Es gibt hier einen Lammfellstiefel, also auch richtig klasse. Teilweise, die Schuhe gibt es alle, nicht ganz, also teilweise gibt es sie bis zu 51 und einige gehen nur bis zu 48,5. Da arbeiten wir natürlich dran, dass die nochmal ein bisschen größer werden. Ich werfe nochmal eben einen Blick nach drüben, da wird natürlich gegrinst. Aber es gibt wirklich super schicke Schuhe von Light, auch in der nächsten Saison bei uns dann wieder bis zur Größe 51. In dem Sinne, bis dann. Bis dann.